Ich sehe noch ihre Gesichter vor mir, voller Angst. Einige abfahrten wir, um die Stadt zu retten. An diesem Tag haben sie Mut bewiesen, Genosse. Meine Männer zu verlassen war mutig? Ja! Wir haben gesiegt. Der Feind schien unaufhaltbar. Wir taten, was nötig war, um die Eroberung Moskaus zu verhindern. Sie waren für die schwierige Herausforderung in Mzensk bereit. Was von unseren Männern beim Mzensk verlangt wurde, war unmöglich. Und damit hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Company of Heroes 2. Oh, das Intro dauert immer so lange hier. Ich erfriere hier draußen. Lasst uns die Deutschen abknallen und zurück ins Dorf gehen. Oh ja, okay. Und auch Hektik machen, ja? Erfriere doch, du. Deutsche Infanterien nähern sich in großer Zeit im Bergrücken. Trotz begrenzter Waffenunterstützung müssen wir diese Dreistellungen halten. Weitere Maxime im Gäste treffen bald ein. Verlassen Sie sich bis dahin auf Rekruten und gute Deckung. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, stoßen wir vor und sichern die Straße nach Mzensk. Mhm. Ich hab nur Rekruten, Alter. Jojojojojojojo. Verteidigen Sie dieses Territorium. Okay, wir haben Rekruten und Transferbefehle. Ziehen Sie die anvisierte Einheit von Staffel zurück, nutzen Sie diese Möglichkeit, um die Befüllungskosten für die Einheit zurückzuhalten. Okay. Wir haben Gewehrgranaten. Passen Sie gut auf! Wir haben Gewehrgranaten. Ich hab nicht Gewehrgranaten. Kräsch. Weg von dir! Schnell! Aber die können ja gar nichts, ne? Die Rekruten-Trops, Alter. Nein, 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 nein! Das ist das Kräger! Wir machen es! Ja, genau so. Den, 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 den. Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Direkt nach rechts. Ich hab irgendein Gefühl, es ist gleich rechtzeitig gekommen. Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Ich hab auch keinen Nate oder so. Eigentlich müssen wir jetzt nur ein bisschen warten. Passt. Soldatenbereit. Weil da sind schon vier, wa? Da sind schon vier. Dann gehen wir hier hin. Da wird Blutfließen. Da wird Blutfließen. Kontakt mit den Deutschen am nördlichen Pass. Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Warum ist das hier oben grün? Ah, ist auch egal. Passt schon. Scheint richtig zu sein. Also alles gut. Schweres Mg. Maxim-Schütze erledigt. Mg neu bemannen. Das ist schade. So, dann können wir jetzt einmal der Rekrutentrupp, den ich gerade immer hinterher geschickt habe, dahin gehen und die beiden Truppen auffüllen. Da rein wieder. So, und hier sind auch schon Rekrutentruppen, wenn wir nicht, wir müssen ein kurzes Dreieck da. Die sind jetzt quasi unterdrückt und müssen sich halt auf den Boden legen, weil dann Mg auf sie schießt. Und das gibt's auch in Ros, dann schießen die nicht mehr mehr zurückgefallen. Dann sind die halt komplett gepinnt und haben übelst Schiss vor uns. Das wird dann auch gehen. So, die Trupps geht's wieder gut. So. Ja, ich komm gleich mal gucken. So, immer ganz, ganz ordentlich hinstellen. Und dann gucken wir jetzt ganz, ganz hin. Nein, ordentlich. Und zurück. In der Mitte kommt's auch ein paar Feinde. Ein paar ist gut, lol. Werte Kämpfung. Da sehe ich mich. Uwe! Sie können jetzt Frontowiki-Rekruten entsenden. Diese Soldaten haben Zugriff auf Molotow-Cocktails und MPs. Nice. BASCH 41. Eine hohe Feuerrate, aber kurze Distanz. Machen wir mal direkt an der Front, weil das die schwächste ist. Oh boy. Nicht verbrennen, bitte. Verpiss dich mir bitte ganz kurz. So, komm, einmal Molotow werfen. Okay, okay, okay. Zug teuer. Was? Zug teuer. Zirka Mist. Wir kämpfen für unsere Brüder. Aua. Sponowiki-Rekruten einsatzbereit. Panzer-Grenadiere im Norden. Bietet ihnen Paroli, bevor sie unsere Gräben mit Granaten bewerfen. Alter, was geht hier ab, Junge? Flammenwerfer? So, du gehst bitte da rein. Erfüllst den noch ein bisschen mit Freude. Sehr gut. Hier geht da hin. Denen geht es eigentlich wieder ganz gut hier unten. Den setzen wir da mit dran. Und du gehst bitte damit in den Trupp rein. Hier hinten sieht gut aus. Hier sieht gut aus. Wir werden uns reichen. Wir werden uns reichen. Der hat einen Flammenwerfer, war. Wir können uns snacken, glaube ich. Ja, können wir. Holen wir uns. Da kommen die jetzt ein bisschen angeschissen. Das wäre egal. Nehmen wir uns. Und wieder rein. Und unterdrücken, bitte. Passt. Hier kurz den Moltov hinwerfen. Auf geht's. Auf geht's. Aber habe ich gesehen. Habe ich gut bekommen. Hier geht's. Da ist gerade ein bisschen über dem Rennen. Schwere Maximum-Ges vor Ort. Autsch. Du kannst dich auch mit da reinsetzen. Deutsche Panzer, runter! Da rein, bitte. Hallo, da. Komm. Du gehst in diese Richtung. Schnell. So, kurz den Moltov werfen. Auf mal ist eh schon Flammenwerfer. Alles easy. Ja, ein Panzer ist unglücklich, bin ich ehrlich. Können ich was gegen machen? Wir können den Bärbrücker nicht gegen so viele verteidigen, Kommandant. Holen Sie Ihre Streitkräfte zurück und bauen Sie eine Verteidigung im Dorf auf. Mit Steuerung geht das, okay. Alles klar. Ja, verpisst euch. Ihr geht da zurück. Einfach zurück. Hauptsache abhauen. Scheiße. Kann ich eigentlich auch fliegen? Ja, kann ich. Abhauen. Jungs, abhauen. So, dann holen wir uns ganz kurz einmal in die Mütze oder wir gucken uns die Sequenz eben an. Automatische Speicherer. Bitte warten. Jo, mach mal. Oh, Errungenschaft. E3. Etwas Geliehenes. Kommandant. Die Pioniere sind bereit, im Dorf eine Verteidigung einzurichten. Die Truppe. Zusätzlich steht Ihnen nun das Spezialgewehrkommando zur Verfügung. Garde schützen. Aufgrund ihrer... Okay, man kann es jetzt ja nicht... Warte. Wir lesen es jetzt trotzdem kurz durch. Aufgrund ihrer intensiven Kampfausbildung und große Erfahrung werden sie als Elite unter den sowjetischen Streitkräften betrachtet. Sie erhalten die beste Ausrüstung und werden zu den herausforderndsten Schlachtfeldern entsandet. Und die kriegen leicht, äh, die Dings hier. Wurden angefordert. So, du machst erstmal das hier. Und machst mal ganz kurz hier... Eins, zwei Mie. Du stehst gut da. Du kriegst jetzt das hier. Ihr steht gut. Aber ihr macht einen Flammenwerfer. So. Das schon mal gut. Dann gehen wir hier. Ihr geht da rein. Und der Rest geht nach da unten hin erstmal. Oder da irgendwo. Irgendwo, wo es halt grün ist. Bestenfalls. Ja, steht euch was noch dahinter. Wollen wir ganz kurz einen Rekrutentrupp zum auffüllen. Den machen wir voll. Hier oben, die sind gefüllt. Aber ihr seid nur zu weit vorne. Da hinten ist mich das MG. Das gefällt mir nicht ganz. Deswegen geht ihr ein bisschen nach hinten. So. Dahinter oder so. Ist ja egal. Hier haben wir Pioniere. Die können sich einen Flammenwerfer nehmen. Und ich stehe erst im G. Wir brechen auf. Frontowiki-Truppen. Ihr geht... Da rein. Frontowiki-Truppen zur Disposition. Ihr geht da rein. Schließt euch diesem Trupp an. Wir brauchen mehr Feuer. Pioniere können wir herstellen. Wir machen mal ganz uns den hier schon mal. Zum Zurück. Die müssen dann. Entspann dich kurz. Das sowjetische Hauptquartier umfasst nun ein Feldkrankenhaus. Aber nur für jene, die schwer verwundet sind. So. Ihr geht komplett zurück. Wir rücken dorthin vor. Macht da schon mal Stacheldraht. Pioniere. Errichtet eine Sperre aus Stacheldraht. Ihr geht zurück. Leichter MG-Trupp unterwegs. Da so hin. Panzerabwehr hier. Frische Gardetruppen stehen bereit. Du stellst dich hinter hinter. Die holen wir da hin. Du gehst da rein in den Trupp. Hier sieht es gut aus. Die bauen noch. Okay, okay. Jetzt müssen wir ganz kurz ein bisschen gucken, was wir hier machen. Da oben ist noch ein bisschen schwach alles. Deswegen schickt man den neuen Trupp dann gleich auch direkt nach da oben. Genosse. Die Deutschen sind bald hier. Gehen wir da rein. Passt schon. So. Und ihr geht noch ganz kurz da rein. Erstmal den. Frontowiki-Rekruten ist schön. Brauche ich jetzt mal gerade nicht ganz kurz. Ihr seid alle verbessert. Das ist optimal. Hier brauche ich nichts verbessern. Die haben das Gewehr schon. Ihr geht ganz kurz zurück und macht Stacheldraht, weil der kostet mich nichts. Aber macht da schon mal zu. An die Arbeit, Männer. Bereit. Gardistentrupp. Dp1928. Dann sind alle meine Gardistentrupps jetzt aufbereitet. Feindliche Streitkräfte. Kontakt. Kontakt. Hier geht's hoch. Sieht gut aus. Du gehst noch ganz kurz in den hier rein. Und dann machen wir noch einen so einen Trupp rein. Sondierungsangriff, die wollen unsere Verteidigung festen. So. Und dann gibt es euch auch einen Flammenwerfer mit hier. Dann passt das schon. Hier oben haben wir gar keinen Flammenwerfer. Deswegen rennst du bitte mal ganz kurz zurück und holst dir einen. Und gehst dann wieder da hin. So. Und die werden das brauchen, wo wir hingehen. Ja, ich hoffe mal. So, den Pionieren geht's gut eigentlich. Ihr geht bitte dahinter. Und ihr geht dahin. Passt schon. Denen geht's ganz gut. Aber die könnten wir noch woanders hinziehen. Nehmen die Kanone zum Beispiel. Ja, die steht ein bisschen kacke, ehrlich gesagt. Die würde ich gerne woanders haben. Deswegen lassen wir die ganz kurz abhauen. Da oben sieht's gut aus. Ja, doch. Die stehen okay. Die stehen okay. Gut, 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 gut. Da ist ein bisschen stressig. Gebe ich ehrlich zu. Aber bei geht. Geht. Die könnten den da hinstellen. Macht den mal. Und ihr stellt dich da hin. Das ist gut. Kontakt! Südliche Straße! Trops sind eingetroffen. So, das sieht aber alles eigentlich ganz gut aus. Feindliche Panzer im Anrollen. Wir haben Panzerabwehrkanonen im Dorf. Bringt sie zur Front. Kein Problem. Alter hat der kassiert. Ich sterbe hier. Am Gerichterfeuer starten. Leite sie hier. Jo. Jo. Okay, denen geht's grad nicht so gut. Bin ich ehrlich. Da kommen sie. Geht ihr mir bitte ganz kurz helfen. Bei dem geht's grad richtig mies. Der ist kaputt. Perfekt. Die haben sich ein bisschen unterdrückt. Das ist alles schon mal nice. Ihr geht schon mal ganz kurz nach vorne. Ich bin mir in der Nater rein. Wir verlassen die Kegel. Kurz. Ja, halt besser sein können. Finde ich ehrlich. Kurz noch auch Granate hin. Wobei, jetzt sind die festgepinnt. Egal. Waffentrupp in Bereitschaft. Panzerabwehrkanonen bemannen. Sofort. Ein Maschinengewehr machen wir. Warten. Folgt meinen Spuren. Da rein. Das ist einfacher. Sieht hier oben alles super aus. Da kannst du ganz kurz hingehen. Die Panzerbüchse könnt ihr euch snacken. Zack. MG bereit, ja. Ich würde den gerne mit nach hinten ziehen. Ehrlich gesagt. Was ist uns jetzt da zu aggressiv vor, ne? Genau deswegen nämlich. Weil so auf dem Wasser ist zwar alles schön gut, aber... Naja. Ne? Oh, denen geht es echt nicht gut, den Jungs. Hm. Naja, ist egal. So, hier links sieht es auf jeden Fall gut aus. In der Mitte könnte besser sein, tatsächlich. Ist aber okay. Wir gehen ganz kurz so ein bisschen zurück. Da hin. Artilleriebeschuss runter! Wir müssen das 1-MG vergessen die ganze Zeit. Aber ist egal. So, da sieht es jetzt wie gesagt gut aus. Hier würde ich gerne noch ein MG haben. Wobei, das ist eigentlich auch okay. Hier aber eher weniger. Da würde ich gerne hier ein MG haben. Wäre ja eigentlich auch gewesen so, aber naja. Da ist ein Hobbits ein Ziel. Okay. Können wir so nicht machen. Müssen wir eigentlich unser... Wobei doch, wir könnten da Sperrfeuern setzen. Warum nicht? Stellt euch, Genossen. Feindliche Streitkräfte sammeln sich, um die Stadt zu überwältigen. So, ihr geht da hin. Ihr geht nach vorne. Wenn wir das wollen, werden wir es einnehmen. Du machst da bitte ganz kurz eins... Ich wollte zwei machen, weil das ist auch okay. Machst halt nur eins. So, die Rekrutentruppen. Füllen bitte ganz kurz die Kanone auf. Ich würde da gerne Sandsäcke bauen, bin ich ehrlich. Naja. Tschüss. Danke. Aber im Haus geht es Ihnen ganz gut, also alles easy. Machst hier wieder zu. Sehr schön. Du kannst den wieder auffüllen gehen hier. Das MG steht hinten weg, so. Da können wir noch hier eins hinsetzen. In die Richtung. Was guckt denn in die Richtung? Haben wir beide Seiten abgesichert. Perfekt. Der verpisset sich, wenn wir da ganz hinten. So, hier hinten in die Ecke irgendwie. Gerne da hin. Da sehe ich sie wenigstens gut. So, dem geht es gut. Der kann jetzt den nochmal kurz unterstützen gehen. Und dann haben wir noch einen Trupp davon. Optimal. Drehen bitte kurz. Genau deswegen. So, was kannst du machen. Nichts. Schöne ich mal dahin. Probe, jetzt kannst du was machen. Wo ist denn der, der angeschlagen ist? Da oben, Haus? Oh ja. Na ja, passiert. So, dann könnten wir noch einen MG machen eigentlich. Aber das können wir uns nicht leisten, weil wir haben keine Bevölkerung mit mehr. Schade. Ne, passt so. Passt so. Ach, wobei. Ich nehme es zurück. Haben wir. Wir können da noch hingehen. Autsch. Großes Autsch. Kurz. Motor zerstört. Da einschießen bitte. Ne, links kommen ganz schön viele Fahrzeuge an. Krass. Ne, das geht. Oder geht das? Ah, es kostet 60, ne? Ist voll teuer. Aber so weit kann er nicht schießen. Geht ihr mal lieber in das Gebäude rein. Das ist schön safe. Äh, nicht Escape. Äh, was geht denn da jetzt ab? Jungs. Was soll denn das? Das sind ja alle, die haben mich zurückgezogen, ne? Passt. Okay, denen ist die Deckung ausgegangen. Ne, komm, hört mal ab. So, ihr geht da mit rein. Das sind die hier, geht generell mal woanders kurz hin. So, die Richtung. Dann sind die ein bisschen safer zusammenstehen, weißt du? So, hier unten ist auf jeden Fall entspannt. Gut. Hier ist ein bisschen Stress. Ich ach, du Scheiße. Bruder, mach nicht Ding. So, und hier kurz mal auf den Plänischen. Geben Sie uns auf den rein. Mit dem vorhanden Ding und der möglichen Mann, wir sind bereit. Der geht den ganz gut zu unterstützen, dann passt das wieder. Kurz. So, passt. Du gehst da mit rein. Mit DP 28. Wir können den schön als Dings nutzen. Perfekt als Deckung. MG auffüllen. Alter, den geht's nicht gut. Ja, der wird ja auch gut aufgeraucht. Panzerbüchse. Könnte nützlich sein. Ich hoffe. Kumpel. Ja, fahr' wir wieder durch. Hast recht, danke. Einfach mal hinsetzen. Du gehst mit hierhin. Ist nicht die optimale Position, aber geht schon. Da weißt du einfach alles kaputt, ne? Ja, typisch Kumpel & Heroes. Alles, was du siehst, ist irgendwie irgendwann einfach Schrott. Naja. Äh, zack, zack. Da bitte noch rein. Und da rein. Zack. Die sieht's auch gut aus. Das musst du nicht eigentlich hinkriegen. Willst du schießen? Ja. Das belastend. Aber ich glaub, das kriegt er gleich hin. Ja, 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 ja. Sperrfeuer! Die haben sich auf uns eingeschossen! Echt jetzt? Sperrfeuer? Find ich nicht gut. Ha. Scheiße, bitte kein Sperrfeuer. Ja, das ist schlecht. Wo noch? Da nicht. Da steht zwar Hobbitzenzieher, aber da sind keine Markierungen. Nur hier war ein welcher. Hm. Sind auch wieder weg, die Markierungen. Na gut, okay. Scheint entspannt zu sein. Cool, cool, cool. Alter! Der nächste Angriff! Alle Streitkräfte zurückziehen und das Hauptquartier verteidigen! Verteidigen sie das Hauptquartier! Sollen wir uns echt zurückziehen? Oder? Das ist nur so dahergesagt. Aber eigentlich geht das gerade. Gut, ist ein bisschen verlos, aber ich glaube, das können wir doch trotzdem hin. Ach, Quatsch, zurückziehen, wozu? Geht schon. Nice. Doch, easy, Mann. Tatsächlich bin ich gerade sogar sehr gut zurückhaltend, hätte ich nicht gedacht. Perfekt. Perfekt. Das ist doch sogar viel besser als erwartet. Oh, der Panzersperrwagen hier mit dem NG obendrauf, hätte ich auch in die Luft gesprengt. Nice. Wutz. Existiert nicht mehr. Tja. Alter. Also, ich muss zugeben, dass die Verteidigung doch so gut standhält hier. Hätte ich nicht gedacht. Das gefällt mir. So, kurz die heilen hier. Ist da irgendwas zu aufhören? Beide NG ist kurz. Anschließend. Halte nicht länger durch. Hab ich denn einen Trupp verloren? Da drin? Die Feuer rauf uns. Wo hab ich den da rausgeholt? Nee, der ist gestorben, ne? Nee, ich hab mich da reingegangen. Nee, doch, der ist gestorben, glaube ich. Frech. Sie haben ein Zier. Das nennt ihr Schießt. Sie haben das Feuer auf unsere Öffnung. Oh. Oh ja, passiert. Da geht noch ein Rekruten-Trupp hin. Proto-Wiki-Trupps sind eingetroffen. Ihr Befehl. Wir werden abgegriffen. Wenn wir kurz rausgehen, zum Auffüllen. Rein damit. Und wieder rein. Perfekt. Optimal. Ach, easy, Mann. Front-Wiki-Trupps zur Disposition. Die Zeit für Rache ist gekommen. Macht sie kalt, Genossen. Machen wir, machen wir. Mhm, speichern. Perfekt. Nice. Vorwärts, Männer. Lasst uns diese Schweine fertig machen. Hurra. Alter, sechs Panzer. Boy. Die 34 bereit. Okay. Okay. Deutsche Haubitzen bombardieren die Stadt. Bringen Sie die T-34 zum Bergrücken und vernichten Sie die Kanonen. Machen wir. Einfach frontal rein. Auf geht's. Komm, einfach vorstürmen. Erstmal reingehen hier, zumindest da hinstellen. So, und rein. Bisschen sicher muss aber trotzdem sein. Mach keinen dummen Scheiß. Bumm. So, direkt rangehen. MG, dahin aim. Da rein. Du schießt bitte da mit hin. Reingehen. Dahin. Oh Gott. Einmal kurz den Molotov rein. Du kannst den Panzer reparieren gehen. Ich glaube, ich habe mich einverloren, oder? Nee, ich habe nicht. Alles gut. Dahin. In die Richtung. Auf da hinrücken. So. So nämlich. Easy. Guardiesten, folgt mir. Guardiesten, folgt mir. Zack. Sektor ist safe da unten. Perfekt. Sehr schön. Leute, setzt die Feldkanone in der Wälder. Meine Ohren sind... So, und rücker die Front gehen hier. Versammeln Sie die Streitkräfte. Vernichten Sie den Feind mit den Panzern. So, und rein da. Perfekt. Eine Klonung existiert noch, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Ach, ich habe vergessen, die mitzuziehen. Deswegen sind die nirgendwo. Tja, passiert, ne? Dahin. Dahin. Und dahin. Da kommt noch ein Wagen. D34 hier. Ziel! Okay. Muss er wissen. Wir gehen. Guts, guts. Hahaha. Oh, ein Feuerwerfer. D34, net. Ich kriege ja keinen Dammit. Steu. Okay. Nett. Ich glaube, das war es jetzt aber, oder? Bats. Und einnehmen. Ich habe vor allem auch zwei Panzer gar nicht mitgenommen. Hahaha. Perfekt. D34, rück da. Ja, es waren auch viele Einheiten zum Steuern. Also, das ist egal. Egal. Berglücken eingenommen. Einsatz. Zieler. Fühlt. Super. Und Einsatz. Ausgefüllt. Nice. Ausgefüllt. Ausgefüllt, meine ich natürlich. Hahaha. Gefühlt, in dem Spiel labert man nur scheiße, irgendwie. Naja. Ist ja auch egal. Oh, Mann, ey. So, cool. Das war auf jeden Fall dieses Ding hier. Dann würde ich sagen, äh... Mache ich hier tatsächlich Pause? Jetzt ist das doofe. Ich habe mich das Gefühl, dass immer die Sequenz für diese Mission danach noch kommt. Das hat richtig bescheuert gemacht. Eigentlich das, eigentlich sollte die jetzt schon laufen. Naja, egal. Ich sage hier, danke schön fürs Zuschauen. Ihr guckt natürlich kurz die Sequenz an. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.